Nein, ich muss zu meiner Schande gestehen, das kannte ich vorher nicht. Also, ich wusste, dass da ein Buch, aber ich habe es nicht gelesen. Schande über mich. Aber ich werde es noch lesen. Es gibt es auch im Handel. Ich werde mal reingehen. Vielleicht sehen wir uns. Meine Lieblingsstelle, ich muss sagen, aus der filmischen Sicht gesehen, ist einer der Szenen, die mir im Gedächtnis bleiben, wie Tom auf der Straße liegt, nachdem er Bescheid bekommt und es mitkriegt, dass sein bester Kumpel tot ist. Das Bild ist Wahnsinn. Also, wenn man eine Nacktszene dreht, ist das schon so lustig. Das geht eigentlich gar nicht. Also, man fühlt sich natürlich ein bisschen beschämt. Wenn ich mich schäme, dann lache ich immer ganz viel. Und sagt dann immer so, ha, 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 ja. Also, ich glaube, das war lustig. Aber mit François war das voll lustig, weil, ja, man hat dann irgendwie das... Man ist halt in einer komischen Situation und das dann humorvoll zu machen. Und das war schon sehr lustig. Da hat man sehr viel Spaß gehabt und gelacht. Ich glaube, jeder musste sich schon mal mit dem Thema Tod beschäftigen. Also, natürlich musste ich mich mit dem Thema Tod beschäftigen. Aber, ja, ja. Es ist zu mir gekommen. Ich habe damals gesagt, ich will alles werden, ich will alles machen. Und dann ist das zu mir gekommen. Und ich habe dann mit Disziplinen durchgehalten, weitergemacht. Und dann hat sich viel Glück kam dazu, viele Leute getroffen, viele Zufälle, die passiert sind und einfach jede Chance genutzt und weitergemacht. Und auch mal Probleme, die man dann hat, überwunden und gelöst. Und dann geht das immer schneller. Auf jeden Fall. Also, ich kann mir das vorstellen. Also, ich würde da mal gucken gehen, so praktikumsmäßig und so. Also, wie gesagt, weil ich bin sehr interessiert an allem, was man so machen kann. Ich kann mir das vorstellen. Also, ja, wieso nicht? Mal eine Woche oder so? Klar, ist jetzt... Klar, warum nicht?